recht herzlich willkommen zur 68 folge von grand age medieval ja beim händler hier aber der ist gerade unterwegs das ist nicht unser händler dann fahr mal weg ist auch gar nicht immer den zweiten auswählen könnte das ist nämlich der den wir nicht haben wollen genau wir wurden geplündert wieso das denn gut okay wir haben sachen noch auf dem wagen die wir vielleicht hier los werden könnten fälle 7 stück können wir machen und das ist günstig das ist 100 jeder kurs verkaufen 75 das ist auch ein bisserl nehmen sie alles ja da hätten wir noch das offenbar den honig auf dem wagen aber den honig den kann mir sogar noch zukaufen baumaterial wäre günstig hier ist auch günstig 48 davon die dauers 20 einheiten davon kohle haben wir das wäre jetzt nicht so interessant haben alles gekauft wir hätten noch platz aber hierfür noch eine aber das kriegen wir noch nicht mal vom preis her hin kommt sagt immer somit okay dann gehen wir mal da ein spiel ist in pause deswegen läuft auch nix ist klar so wir laufen hier lang und kommen nach aus war so war so heißt es wohl naja egal gut so war ist da und wir haben mir fälle 6 gehen und ich gedacht okay das sind zu wenig leute dass die da nicht so viele nehmen warte mal das blödsinn oder wenn wir unter preis verkaufen jetzt mal wahrscheinlich ein verkauft oder so hier geht was sieben das brauchen wir nicht das sind die sachen die man hier kriegen kann wahrscheinlich aber sie steht noch nicht mehr fest sie ob eine produktion ist hier noch keine tüpperwaren fleisch hemntuch wein und dann war es das auch schon ja ja weinen können wir mal einbauen oder geht das geht nicht weil vielen rohstoffe gut ja da müsste man noch ein bisschen mehr erst mal machen glaube ja was das hier konto aber nicht das doof ja gehen wir davon aus dass hier nichts ist was man bauen kann einfach aus dem runde weil nicht genug waren dafür da sind wenn wir beiden bauen anbauen wollten braucht man das was geld das ist das problem alles klar geld haben wir schon mal ein problem wir sehen wir sie wollen kaiowa geht sind heute gucken wir uns weiter so läuft es sind noch ganz viele waren darum liegen 182 ja das fällt sofort runter aber gehen wir auf 146 lassen ein bisschen was verkaufen der honig geht komplett weg da gehen wir mit sieben stück runter 249 bezahlt lohnt nicht und auch nicht und auch nicht so zukauf wäre hier oben nur möglich holz oder das hier acht stück dabei gekauft dann ja wenn du mir nur sagen wir hier noch was wir was auf dem wagen haben ja machen wir so gut und dann geht die reise weiter schon unter den witz haben wir da ein geld ist knapp wenn man sieht und dann müssen sie irgendwie mehr kriegen damit wir die truppen bei der moral haben wohl jetzt in letzter moment war jetzt hier nicht so lange rot fälle gehen hier gut 16 stück salz können wir gleich kaufen verkaufen aber erstmal was okay die früchte sind komplett weg und sie nicht und sie nicht geht wohl 50 grad zack und da geht auch alles geht auch alles das hat sich mal gelohnt so zukaufen das salz das steigt sofort ne bringt das auch nicht wie es auch schon zu teuer und auch hier können wir aber das geht auch schon gleich hoch das salz wäre das einzige sogar nee dann geht die reise halt ohne weiter will na da oben hungersnot und da krakau wir haben jetzt aber nichts zu essen mit da könnte man wahrscheinlich geld verdienen gut stoff fälle gehen weg gleicher preis und das fällt gleich runter weiß ich jetzt nicht ob er nicht eingekauft hat noch kommen machen wir so weg ja und dann ist ja auch nix ne totes land hier oben abgewählt ziel muss eine stadt sein dann sollten wir da auch hingehen da ist eine ruine kommen wir da rein gehen noch fälle aber auch nicht viel da kommt verkaufen wir das essen essen wir hier ganz wichtig da fällt der preis sofort runter bringt es also auch nicht kann irgendwas einkaufen nicht wirklich aber auch kein geld als hier oben rum war jetzt total nicht erfolgreiche so was können wir hier im bruderpest mal wo kann man was zukaufen denn alles ist alles nicht lohnenswert ne ich habe immer noch billiger wie schon aber hier das geht wo kann man dann zukaufen 30 immer die 30 mit ja das war es dann auch ne mit freude genau gehen wir mal los und gucken was los ist ja ja das bringt auch nicht viel ne die verkaufen wir jetzt aber schon so lange auf dem wagen ne hier auch weg hier geht richtig was das lohnt nicht so was können wir einkaufen wir könnten den fisch kaufen 50 fische früchte sind teuer gerade gibt es auch nicht 250 ja das wäre jetzt hier noch ne aber der preis geht gleich hoch dann war es das auch hier zum fisch gehen wir nach so viel ja ok 137 machen bisher was hier fischer für 60 gekauft ja bis auf 65 runter geht auch was und weg und hier weg so was machen kaufen wir zu gute frage ja ne wo nicht ist ja hier nicht warte mal das oder das aber das sind zu teure sachen wohl 60 würde auch noch gehen hier kommen wir mal ein und hier 73 ist günstig da ist das geld schon alle 48 gut reisen wir mal da rein da werden wir nicht viel loswerden aber kriegen wir trotzdem was los gut so Fälle können wir einen verkaufen Fisch geht 10 Früchte 5 das ist hier sogar billiger da geht was 6 der kohle gehen 3 jetzt müssen wir das schon kaufen jetzt müssen wir das schon kaufen 20 einheit gekauft gut gut dann können wir schon wieder woanders hingehen konstant da gucken wir mal rein irgendwo war da ein angriff so 16 der Fisch ist auch begehrt hier geht sogar alles weg bei den Früchten oder nicht aber 28 ist da auch schon viel hier geht was 14 hier geht auch was 10 und die kohle geht sogar auch noch was 16 gut da haben wir ein bisschen Geld gemacht kaufen kann man hier nix dann geht es in die nächste Stadt sehr wohl ok dann einen verkaufen wir dann mal von hier geht was alle 27 das ist cool hier könnte man aber machen wir nicht hier geht was alles super ok jetzt müssen wir überlegen was wir kaufen kohle ist günstig ne steine nehmen wir mit äh wo nicht es geht aber der preis gleich hoch kann man also vergessen dann nehmen wir noch steine mit und das war's da und wir gehen mal hier hin weil die brauchen nämlich steine meine ich guck mal da noch ein guck mal da noch ein fälle das eine auch noch los hier das billiger werkzeug kohle geht aber auch nicht viel die 2 und hier müsste ja mehr gehen dann das wollen die doch haben aber blödsinn kostet das gleiche wie wir auf dem wagen haben äh ja einkauf wäre hier noch möglich dann ne dann nehmen wir mal 16 mit gut ok schon unterwegs genau dann würde ich aber sagen soll es erst für die runde wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr in der nächsten folge dann auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann du bist dann wir über